Stehst du auf Ausbeutung? Ausbeutung steckt in deinen Schuhen. Denn Markenunternehmen und der Einzelhandel streichen den Großteil des Endpreises eines Schuhs ein. Den geringsten Anteil bekommen hingegen die Arbeiterinnen und Arbeiter, die das Leder gerben und die Schuhe nähen. Viele Arbeiterinnen und Arbeiter bleiben daher trotz Arbeit arm. Das heißt, die Löhne decken nicht mal ihre Grundbedürfnisse und die ihrer Familie. Das ist in Asien, aber teilweise auch in Ost- und Südosteuropa so. In Albanien, Mazedonien oder Rumänien zum Beispiel müssten die Löhne vier bis fünfmal höher sein, damit sie zum Leben reichen. Auch Lohnzuschlag für Überstunden ist eher die Ausnahme. Noch dazu sind der Großteil der Beschäftigten in der Leder- und Schuhproduktion Tagelöhnerinnen und Tagelöhner oder in der Leiharbeit tätig. Arbeit ist heutzutage so. Wenn du nicht einwilligst, rufen sie dich nicht mehr an, sagte uns ein Leiharbeiter in Italien. Ein weiteres Problem ist Diskriminierung. Frauen verdienen in den meisten Produktionsländern durchschnittlich weniger als Männer für die gleiche Arbeit. Frauen haben zudem weniger Aufstiegsmöglichkeiten und bleiben so meist Helferinnen und Näherinnen in sehr schlecht bezahlten Positionen. Die Situation von Heimarbeiterinnen ist besonders prekär. Denn ihr Einkommen ist noch unregelmäßiger und unsicherer. Auch kommt es in den Fabriken häufig zu Verletzungen, Verbrennungen und Schnittwunden. Weil Arbeiterinnen und Arbeiter unter hohem Druck stehen und die vorherrschenden Sicherheitsstandards oft nur mangelhaft sind. Zudem sind sie bei der Arbeit einem hohen Gesundheitsrisiko ausgesetzt, da sie täglich mit verschiedenen chemischen und giftigen Substanzen hantieren. Typische Erkrankungen von Arbeiterinnen und Arbeitern in der Schuh- und Lederindustrie sind zum Beispiel Atembeschwerden, Ausschläge und Augenschädigungen bis hin zu Krebs. Die Behandlungskosten müssen sie oft selbst zahlen. Insgesamt werden in der Schuh- und Lederproduktion internationale Arbeitsrechte mit Füßen getreten. Dies ist untragbar. Unternehmen müssen ihrer menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht endlich nachkommen und dafür sorgen, dass Arbeiterinnen einen Lohn erhalten, von dem sie leben können. Die Kampagne Change Your Shoes macht auf die vorherrschenden Missstände in der Leder- und Schuhproduktion aufmerksam. Teile dieses Video, informiere dich weiter auf www.incota.de und unterstütze unsere Kampagne Change Your Shoes.